Senatorin Jarasch, Staat kann nicht alle Folgen der Preiserhöhung abfedern. Kühnert gegen Energiesperre bei Nichtbezahlung. Russland-Kurs der AfD. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, dem 18. Juli. Olaf Scholz setzt sich als Konsequenz aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine für eine stärkere und geopolitische Europäische Union ein. Bei der Migrationspolitik etwa, beim Aufbau einer europäischen Verteidigung, bei technologischer Souveränität und demokratischer Resilienz müsse die EU ihre Reihen auf allen Feldern schließen, auf denen sie bisher uneinig gewesen sei, das schrieb der Kanzler in einem Gastbeitrag für die FAZ. Die AfD rechnet im Herbst als Folge steigender Energiepreise mit mehr Zustimmung für ihre Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland. Der Fraktionsvorsitzende Tino Krupala bezweifelt die Zustimmung der Bürger und Unternehmen zu den Sanktionen, wenn diese im November und Dezember ihre Heizkostenabrechnungen erhalten, sagte Krupala im ARD-Sommerinterview. Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch hält es nicht für möglich, dass der Staat alle Folgen für die Bürgerinnen und Bürger infolge rasant steigender Energie- und Lebensmittelpreise abfedert. Jetzt ein Rundum-Sorglos-Paket zu versprechen würde bedeuten, die Menschen in eine Falle zu schicken, sagte die grünen Politikerin am Montag der Deutschen Presseagentur. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat an die FDP appelliert, sich einem Moratorium für Strom- und Gassperren wegen nichtbezahlter Rechnungen nicht zu verschließen. Es kann und darf nicht sein, dass im nächsten Winter aufgrund der Preisentwicklung und der finanziellen Überforderung irgendjemand im Kalten in seiner Wohnung sitzt, weil er oder sie die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte, sagte Kühnert den Sendern RTL und NTV. Der Städte- und Gemeindebund warnt angesichts der Trockenheit vor Wasserknappheit in einigen Regionen. Problematisch ist der drastisch steigende Wasserbedarf in der Industrie in der Landwirtschaft, aber auch in Privathass halten. Die Gartenbewässerung und das Füllen großer Pools mit Leitungswasser könne in den Sommermonaten zum echten Problem werden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. Angesichts der anhaltenden Trockenheit hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke einen effizienteren Umgang mit Wasser angemahnt. Es brauche aus seiner Sicht deutschlandweit mehr Anstrengungen, Wasser besser im Kreislauf zu halten, um damit den Verbrauch zu senken, teilte Woidke dem Handelsblatt mit. Angesichts von Trockenheit und Hitzewellen sorgen sich deutsche Landwirte um die Ernte dieses Jahr. Trockenheit und Hitze sind in diesem Jahr in einigen Regionen ein großes Problem. In der Getreideernte hätten die Wetterkapriolen bereits Spuren hinterlassen. Auch andere Feldfrüchte wie Mais oder Kartoffeln werden unter den hohen Temperaturen leiden, sagte der Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Deutschlands Tafeln verzeichnen seit Jahresbeginn einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage. Die Zahl der Nutzer der sozialen Angebote habe sich um die Hälfte erhöht und einen neuen Rekordstand erreicht, so der Dachverband der Organisation am Donnerstag. Deutlich über zwei Millionen von Armut betroffene Menschen würden die Angebote nutzen, so viele Bezieher wie nie zuvor. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat mehr Hilfen gegen Klimaschäden in Entwicklungsländern angekündigt. Wir werden Anfang der Woche beim Petersberger Klimadialog einen neuen globalen Klimarisikoschutzschirm vorstellen. Wir bringen damit ein konkretes Angebot für den Umgang mit künftigen Klimaschäden in Entwicklungsländern in die internationalen Klimaverhandlungen ein, sagte sie dem Tagesspiegel. SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, die Vorgaben der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr nicht anzuwenden. Ich glaube, dass wir die Schuldenbremse erneut aussetzen müssen. Angesichts der gegenwärtigen Krisen müsse der Bund langfristig Entlastungen organisieren, sagte sie im ZDF-Sommerinterview. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in den ersten fünf Monaten des Jahres gesunken. Insgesamt bewilligten die Behörden den Neu- und Umbau von 155.347 Wohnungen, so das Statistische Bundesamt. Das waren 1,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat der Regierung für eine zeitweise Verlängerung der AKW-Laufzeiten die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen angeboten. Wenn die Grünen sagten, sie machten bei der Kernenergie ein halbes Jahr länger, dann finde ich sollten wir auch beim Tempolimit reden können, sagte Spahn in der ARD. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger dringt auf die Ausrufung der Gasnotlage. Wirtschaftsminister Robert Habeck müsse sofort die Gasnotfallstufe 3 ausrufen, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Das sei die Voraussetzung dafür, Gasgroßkraftwerke herunterzufahren und Gas einzusparen, um die Speicher zu füllen. Der Städte- und Gemeindebund unterstützt Vorschläge für ein bundesweit einheitliches und dauerhaft günstiges Ticket im öffentlichen Personennahverkehr. Die Bürger haben ein hohes Lebensinteresse ohne Tarifdschungel Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen zu können. Das zeigen auch die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke Mediengruppe. Ein Dreijähriger ist in Hagen allein auf dem Bahnsteig zurückgeblieben, während der Zug mit seinem Vater weiter fuhr. Der Familienvater hatte am Samstag Sohn und Koffer auf dem Bahnsteig abgestellt, um noch den Kinderwagen aus der Bahn zu holen, wie die Polizei mitteilte. Und nun zum Wetter. Die Nacht zum Dienstag ist leicht bewölkt und trocken bei Tiefstemperaturen von 18 Grad. Der Dienstag zeigt sich wolkenlos und warm bei Höchsttemperaturen von 33 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.